Seine Ziel in der Flitzbeise eintreffen. Wer bringt auch noch zwei? Drei weitere Simulmen eintreffen. Der Markus Weber, der Markus Volkmann und der Heinz Wohmann. Also die Entscheidung in der Simulmen kann bei uns gefallen. Die Rosenkristin von Markus Alpiger. Und der dritte Passierte wartet man der Zeit lang. Die Schnausteinbrau, Nina Bell, ist die Nachrichtenzieherin. Die Stolz advent dininerin. Bis zum nächsten Mal. Bye, sabei. Untertitelung des ZDF, 2020